Hi Leute, was geht ab? Ich hab mir gedacht, ich zeige euch mal meine Autotune Plugin Sammlung, die ich mir so über die Jahre angesammelt habe und ausprobiert habe. Und ja, ich teile die Plugins in drei Kategorien ein. Also erstens das Plugin, was in der DAW mit dabei ist, in meinem Fall Pitch Correct by Cubase. Bei eurer DAW wird es irgendwas anderes sein oder heißt eben genauso. Dann die, die was kosten, dann die, die kostenlos sind. Insgesamt zeige ich euch sieben verschiedene Plugins. Die lassen wir gegeneinander antreten und am Ende werden wir sehen, wer der Gewinner ist. Mein Name ist Dosi von HiN64 und los geht's. Jeder will nur nach vorn, aber sag mir was bleibt. Wir haben keine Zeit, wofür sind wir geboren? Jeder will nur nach vorn. Okay, also ich hab hier schon ein bisschen was vorbereitet. Das hier sind sieben Spuren, jeweils mit der gleichen Aufnahme. Ich hab die einfach nur kopiert. Und auf jeder dieser Spuren ist ein anderes Autotune-Plugin drauf. Die Spuren hab ich dann natürlich jeweils auch so benannt. Bevor ich euch jetzt einfach sage, was das beste Autotune-Plugin ist, zeige ich es euch. Vielleicht seid ihr dadurch sogar anderer Meinung, wer weiß. Ich hab natürlich versucht, hier alle gleich einzustellen. Das Problem ist einfach nur, dass die Parameter in diesen Plugins nicht genormt sind. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel zwei Autotune-Plugins nehme und die Parameter Speed komplett auf 100% aufdrehe, dann ist es bei dem einen Plugin 100% und bei dem anderen umgerechnet nicht die gleichen 100% wie bei dem anderen Plugin. Hab sie trotzdem einfach alle komplett aufgedreht. Das hier ist das erste Plugin und zwar der Pitch Correct von Cubase Direct. Der ist also mit in der DAW dabei. Ich zeige euch erstmal die ganzen Plugins und dann hören wir uns das Ganze auch an. Kommen wir zum zweiten Plugin und zwar zu dem Plugin von Waves. So sieht das Ganze aus. Nennt sich Wavetune und das benutze ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Hat auf jeden Fall auch ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ist sehr günstig für das, was es kann. Ist auf jeden Fall kein Fehlkauf gewesen. Dann das dritte Plugin hier von Antares oder von Antares. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr krasses Autotune-Plugin. Das Antares Advanced. Yeah. Okay, schließen wir das, kommen wir zu dem nächsten Autotune-Plugin. Und das ist auch von Antares, Antares, Anton, keine Ahnung. Das Realtime-Autotune-Dingsbums. Das habe ich davor immer benutzt, bevor das andere rauskam. Und ob das klanglich überhaupt einen Unterschied macht, bezweifle ich. Wir probieren es dann einfach mal aus. Und das hier ist ein kostenloses, der M-Auto-Pitch. Man kann das irgendwie aktivieren hier unten. Weiß aber nicht, was das genau einem bringt. Also das steht hier nicht. Und ich kann hier alles machen ohne Einschränkung. Warum soll ich das aktivieren? Das ist ja wie Winra kaufen. So irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas übersehe ich da. So, dann haben wir hier noch den Gralion 2. Der ist auch kostenlos. Allerdings ist die kostenlose Version ein wenig eingeschränkt. Wenn ich hier draufklicke, steht hier Locked. Und das gleiche auch bei diesen Parametern. Das heißt also, man müsste das kaufen, um alles hier zur Verfügung zu haben. Den Rest kann man allerdings benutzen. Nur leider konnte ich irgendwie nicht rausfinden, wie man hier wirklich den Key einstellt. Irgendwie habe ich es nicht rausgefunden und musste dann eben an den Noten da unten deaktivieren, auch was das Autotune-Plugin nicht korrigieren soll. Dadurch kam ich natürlich auch an den Key, aber es ist ein bisschen umständlich. Der Parameter ist sehr cool. Ja, also dafür lohnt sich allein schon das Plugin, weil damit könnt ihr einfach eure Stimme hoch- oder runterpitchen. Ihr könnt einfach so Monsterstimme machen oder klingen wie die Checkmouse. Ja, das Gute ist, dass dieser Parameter eben auch komplett stufenlos einstellbar ist. Das heißt also, prima zum Automatisieren. Ich habe das bei dem Song von Kesko, Alles Drama, in der Bridge am Ende vom Song angewendet. Ich verlinke euch das mal hier, da habe ich das komplett auf der Summe benutzt und automatisiert. Okay, kommen wir zum letzten Plugin und zwar zu G-Snap. Dieses ist auch komplett kostenlos und das ist das erste Plugin, was ich überhaupt in meinem Leben angewendet habe. Ja, das ist schon viele Jahre her, da habe ich damals mit einem Freund zusammen unseren ersten Song sozusagen aufgenommen in FL Studio und wir hatten keine Ahnung, aber wir hatten dieses Plugin und das war sehr lustig. Und das Coole ist, wir haben das sogar zum Laufen bekommen, was mich sehr wundert, weil ich bekomme das heutzutage hier nicht so zum Laufen, wie ich mir das irgendwie noch in meinen Erinnerungen festgehalten habe. Es funktioniert nicht. Egal, jetzt kommt der Vergleich. Wir lassen also jetzt die Plugins in den Ring steigen und ich zeige euch das Material erstmal ohne Plugin, das ist nämlich furchtbar und ich drücke auf Play. Viele meinen, ich wäre zu still, was soll ich sagen, wenn ich grad nicht will? Vielleicht stehe ich auf und ich geh, was soll ich sagen, wenn's keiner versteht? Ja, ich bin der beste Sänger der Welt und wenn ihr den Originalsong dazu hören wollt, verlinke ich euch den jetzt mal oben in der Infobox und jetzt machen wir das nochmal mit dem Pitch Correct. Ja, der Pitch Correct hat ja eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Wir müssen das eben vergleichen mit anderen Plugins, um zu wissen, ob das gut war oder eher doch schlecht. Deshalb hören wir uns jetzt mal die Spur an, wo das Autotune Plugin von Waves mit drauf ist. Und Play. Ich glaube, der Pitch Correct klingt ein wenig verzerrter. Wir hören uns mal das Ende von der Spur an. Was soll ich sagen, es kommt nie mehr vor. Die Frau, sie will weg, hat keinen Nerv mehr auf das. Was soll ich sagen, sag was. Nicht mehr vor, die Frau, sie will weg, hat keinen Nerv mehr auf das. Was soll ich sagen, sag was. Okay, hier hat der Pitch Correct einen Fehler reingehauen am Ende. Das ist bei dem Waves Tune nicht passiert. Und zwar das letzte Wort. Wir hören nochmal. Was soll ich sagen, sag was. Was soll ich sagen, sag was. Ja, das letzte Wort hat der Pitch Correct hier einfach ignoriert. Das hat er einfach nicht bearbeitet. Wie gesagt, es ist auch vielleicht nicht so ganz einfach, die genau gleich einzustellen, aber ich habe sie beide, beziehungsweise alle voll aufgedreht und dann sollte das eigentlich doch irgendwie funktionieren. Also mehr kann ich den Pitch Correct ja nicht aufdrehen, wie ich ihn ja schon habe. Und wenn er das da schon nicht macht, dann warum. Naja, hören wir mal das Antares Advanced. Ja, das klingt auf jeden Fall extrem sauber, da kann ich gar nichts dagegen sagen. Wir müssen das aber vergleichen mit dem Waves, ob das jetzt wirklich besser ist oder nicht. Play. Die Frau, sie will weg, hat keinen Nerv mehr auf das. Was soll ich sagen, sag was. Es kommt nie mehr vor. Die Frau, sie will weg, hat keinen Nerv mehr auf das. Was soll ich sagen, sag was. Viele meinen, ich wäre zu still. Was soll ich sagen, wenn ich grad nicht will. Viele meinen, ich wäre zu still. Was soll ich sagen, wenn ich grad nicht will. Also die klingen schon ziemlich identisch. Also wenn da wirklich ein Unterschied vorhanden ist, so dann habe ich das Gefühl gehabt, dass das von Waves manchmal so ein bisschen dreckiger klingt. Aber nicht unbedingt. Ich denke mal auch, dass wenn man irgendwie versucht, irgendwas rauszuhören, was vielleicht gar nicht da ist, dass das Gehirn sich auch irgendwas einwilligt. Weil man auf Krampf versucht, irgendwas rauszuhören. Aber checken wir mal das andere ab von Antares. Viele meinen, ich wäre zu still. Was soll ich sagen, wenn ich grad nicht will. Viele meinen, ich wäre zu still. Was soll ich sagen, wenn ich grad nicht will. Viele meinen, ich wäre zu still. Was soll ich sagen, wenn ich grad nicht will. Vielleicht die sagen, es kommt nie mehr vor. Die Frau, sie will weg, hat keinen Nerv mehr auf das. Was soll ich sagen, sag was. Sie will weg, hat keinen Nerv mehr auf das. Was soll ich sagen, sag was. Viele Machen. Also ich bin ehrlich, da hab ich jetzt überhaupt keinen Unterschied rausgehört. Also wer da einen Unterschied raushört, ich glaub, dem schmeckt doch einen der beiden Twigs besser. So, keine Ahnung. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwas gefunden habt. Was auch immer. Ich denke mal, dass das einfach das identische Plugin ist, nur dass die Benutzeroberfläche neu gemacht wurde. Und dann heißt es, wow, wir haben ein neues Plugin. Dann kauf das. Ich hab's gekauft. Ja. Was soll ich sagen, ich mag das einfach. So, gerechtfertigt. Ich würde sagen, wir machen jetzt so ein kleines Zwischenfazit und wir kommen jetzt direkt mal zu dem Pitch korrekt. Der von Cubase direkt. Und ich muss sagen, der ist gut. Der ist wirklich gut. Ich glaube, der ist nicht ganz dafür ausgelegt, wo viele junge Leute jetzt heute hinwollen, in diese Lalalalalelele Richtung. Ich glaube, der ist eher so wirklich für Leute, die singen können und eher so subtilere Bearbeitungen benötigen. Ja. Und nicht ganz für dieses Extreme, weil da eben dann doch irgendwelche Verzerrungen entstehen und so weiter. Dann der Wave Tune, der ist sehr gut. Mag ich sehr. Antares genauso. Ist, glaube ich, für mich auf einer Stufe und der Realtime eben auch. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Kostenlosen. Jetzt wird's interessant. Was können die? Wir starten mit dem M-Auto-Pitch und ich drücke mal auf Play. Viele meinen, ich wäre zu still. Was soll ich sagen, wenn ich grad nicht will? Vielleicht steh ich auf und ich geh. Was soll ich sagen, wenn's keiner versteht? In meinem Kopf ist grad alles und nichts. Was soll ich sagen, hab alles im Griff. Schon wieder die Frage, wie es mir so geht. Was soll ich sagen, schon gut ist okay. Also ich glaube, die Töne hat er richtig korrigiert. Da hab ich jetzt nichts rausgehört. Aber der Sound, was ist passiert? Das klingt ja ein bisschen wie so eine ganz, ganz schlechte MP3-Datei, die man damals ab und zu so auf YouTube gefunden hat von irgendwelchen alten Songs. Ich weiß jetzt nicht, ob das extra sein soll von dem Plugin-Hersteller. Oder ob das besser wird, wenn man das aktiviert. Das glaube ich aber nicht, weil was wäre das für eine Werbung für das Plugin? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht kommt das aber auch ganz cool, gerade irgendwie in der Hook oder so, wo mehrere Autotune-Spuren sind. Und man benutzt zwei davon irgendwie von diesem Plugin auf zwei Spuren und macht die dann links und rechts. Und weil das ja so komisch, fazy klingt, dann gibt es irgendwie vielleicht so einen breiten Effekt oder sowas. Das kann sein. Weiß ich nicht. Hab ich nicht ausprobiert. Kommen wir zum nächsten Plugin. Und zwar zum Gralion 2. Wenn man den so richtig ausspricht. Schauen wir mal, was der kann. Und play. Viele meinen, ich wäre zu still. Was soll ich sagen, wenn ich grad nicht will? Vielleicht steh ich auf und ich geh. Was? Ja, das war irgendwie auch schlimm. Also das war noch schlimmer wie das andere Plugin. Das macht irgendwie das gleiche, verwaschene, komische Geräusch mit rein, nur in noch schlimmer. Ja, warum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das weggeht, wenn man das kauft. Das macht für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht. Wir hören nochmal rein. Was soll ich sagen, wenn's keiner versteht? In meinem Kopf ist grad alles und nichts. Was soll ich sagen? Nichts. Was soll ich sagen? Hab alles im Griff. Schon wieder die Frage, wie es mir so geht. Was soll ich sagen? Schon gut soll ich sagen. Hab alles im Griff. Schon wieder die Frage. Ja, es klingt einfach billig, aber wenn jemand noch gar kein Autotune-Plugin besitzt und vielleicht überlegt sich eins zu kaufen und möchte erstmal ausprobieren, ob es ihm überhaupt steht mit Autotune zu arbeiten und ob er das hinbekommt und ob er es überhaupt mag, dann kann man natürlich erstmal zu diesen Plugins greifen, um ein bisschen auszuprobieren. Dafür reichen sie auf jeden Fall aus. Ja, kommen wir zu G-Snap, dem letzten Plugin. Und ja, irgendwie habe ich das, wie schon erwähnt, nicht ganz hinbekommen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an dem Plugin. Auf jeden Fall habe ich da jetzt sämtliche Parameter durchgedreht und gemacht und getan und es kam nichts bei raus. Es war einfach nur Müll. Es war einfach nur Müll. Er korrigiert auch irgendwas, aber was er da korrigiert, kann ich euch gar nicht sagen. Es passiert irgendwas mit der Stimme und es ist einfach, was da passiert, ist nicht gut. Ich habe da auch Presets ausprobiert und so. Da steht auch noch Snap EC Major da jetzt oben in der Leiste. Ich habe trotzdem den Key richtig ausgewählt, also keine Sorge, daran liegt es nicht. Es ist sehr, sehr komisch. Was? Viele meinen, ich wäre zu still. Was soll ich sagen, wenn ich gerade nicht will? Vielleicht stehe ich auf und ich gehe. Was soll ich sagen, wenn es keiner versteht? In meinem Kopf ist gerade alles und nichts. Das klingt, als hätte ich irgendwie bei der Aufnahme ständig irgendwelche Panikattacken bekommen. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an dem Plugin. Wenn das am Plugin liegt, dann kann das doch nicht den hier ernst sein. Ich weiß nicht. Ich hatte das auf jeden Fall viel, viel cooler in Erinnerung. Auch der Speed-Regler. Nicht wundern, wenn der jetzt hier nur auf 2 steht und ihr denkt, du musst den komplett aufdrehen. Nee, das wird dann irgendwie noch schlimmer oder beziehungsweise noch weniger. Das ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe da, wie gesagt, alles ausprobiert und da kam nichts bei raus. Schade. Naja, das waren meine Autotune-Plugins. Es gibt natürlich noch mehr, aber das hier reicht ja auf jeden Fall. Und wir haben einen klaren Gewinner und das ist der von Antares, der Advanced. Das ist für mich die Nummer 1, beziehungsweise auch das andere von Antares. Aber das zähle ich irgendwie gar nicht mehr mit, weil es einfach nur die ältere Version ist für mich. Den benutze ich sogar immer noch in der UAD-Konsole zum Direkt-Mithören. Und das hier benutze ich dann wirklich zum Mischen in der DAW. Ja, kommen wir zu Platz Nummer 2 und das ist der von Waves. Ja, das wäre auf jeden Fall, wenn es einen Preis-Leistungs-Sieger geben würde. Hier auch die Nummer 1. Er ist einfach so viel günstiger wie der andere. Und der Unterschied ist einfach so minimal, wenn überhaupt ein Unterschied vorhanden ist. Ja, das sind auf jeden Fall meine zwei Top-Autotune-Plugins. Okay, das war es mit dem Video. Ihr könnt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht seid ihr ja anderer Meinung als ich. Und ich habe euch die zwei Songs, die ich im Video verlinkt habe, nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Falls das mit der Verlinkung nicht geklappt haben sollte aus irgendeinem Grund. Manchmal kommt das ja irgendwie einfach nicht. Okay, das war es. Bis dann. Ciao. Mama dachte, ich werde Jura-Student. Doch ich habe immer Schule geschwänzt. Mein Lehrer meinte, es ist nicht gut wie ich denk. Als würde ich nicht meine Berufung erkennen.